Sie hören Michael Connolly, Ehrensache, Deutsch von Sepp Leb, gesprochen von Herbert Schäfer, eine Produktion des Audio-Media-Verlags. Es war ein Freitagmorgen und die Cleveren waren bereits ins Wochenende aufgebrochen. Deshalb herrschte auf dem Weg nach Downtown kaum Verkehr und Harry Bosch traf früh im Gericht ein. Statt wie verabredet auf der Eingangstreppe auf Mickey Heller zu warten, beschloss er, seinen Anwalt im Innern des riesigen Baus zu suchen, der mit seinen 19 Stockwerken einen halben Häuserblock einnahm. Die Suche nach Heller war jedoch nicht so schwer, wie die Größe des Gebäudes vermuten ließ. Nachdem Bosch den Metalldetektor im Foyer passiert hatte – eine neue Erfahrung für ihn – fuhr er mit dem Lift in den 14. Stock. Nachdem er dort in alle Gerichtssäle geschaut hatte, arbeitete er sich über das Treppenhaus, Etage für Etage nach unten vor. Die meisten Gerichtssäle, in denen Stabsachen verhandelt wurden, befanden sich in den Stockwerken 8 bis 14. Das wusste Bosch wegen der vielen Stunden, die er in den letzten 30 Jahren in diesen Gerichtssälen verbracht hatte. Er fand Heller in Saal 120 im 12. Stock. An der Verhandlung, die dort stattfand, nahmen keine Geschworenen teil. Heller hatte Bosch gesagt, er hätte einen Termin bei Gericht, der bis zu ihrer Verabredung zum Mittagessen zu Ende wäre. Bosch rutschte auf eine Bank im hinteren Teil der Zuschauergalerie und verfolgte, wie Heller einen uniformierten LAPD-Officer im Zeugenstand befragte. Das Vorgeplänkel hatte Bosch verpasst, aber nicht die entscheidende Phase der Befragung des Polizisten. »Officer Sanchez«, sagte Heller, »ich möchte Sie jetzt bitten, noch einmal Schritt für Schritt mit mir durchzugehen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie am 11. Dezember vergangenen Jahres Mr. Hannigan festgenommen haben.« Hellers Mandant saß in einem blauen County Jail Overall neben ihm. Ein sicheres Zeichen dafür, dass es in der Verhandlung um eine schwere Straftat ging. Bosch hörte den Ausführungen des Officers zu. Er tippte auf ein Drogenvergehen und vermutlich wollte Heller verhindern, dass irgendetwas von dem, was im Auto seines Mandanten gefunden worden war, beim Prozess als Beweismittel zugelassen wurde, in dem er geltend machte, er sei unrechtmäßig angehalten und durchsucht worden. Bosch hatte seinen Spaß an der Lincoln Lawyer Show. Geschickt ließ Heller alle Einzelheiten der Festnahme zu Protokoll nehmen, kam dann auf die Achillesferse des Falls zurück und schlachtete sie für seine Zwecke aus. So lief das, wusste Bosch. Das Gesetz ließ sich biegen. Nach der Verhandlung kam Heller zu ihm und sie beschlossen, essen zu gehen. Sie aßen im Trax in der Union Station. Es war ein nettes Lokal, das in der Nähe des Gerichts lag und mittags bei Richtern und Anwälten sehr beliebt war. Die Bedienung kannte Heller und brachte ihm erst gar keine Speisekarte. Er bestellte das Übliche. Bosch entschied sich nach einem kurzen Blick auf die Karte für einen Hamburger mit Pommes, das, was Heller zu enttäuschen schien. Auf dem Weg ins Trax hatten sie über Familienangelegenheiten gesprochen. Bosch und Heller waren Halbbrüder und hatten Töchter im gleichen Alter. Die Mädchen hatten sogar vor, sich ein Zimmer zu teilen, wenn sie im September an der Chapman University in Orange County zu studieren begannen. Jede von ihnen hatte sich, ohne das Wissen der anderen, für die Universität beworben und erst davon erfahren, als sie die Benachrichtigung über ihre Zulassung am selben Tag auf Facebook feierten. Daraufhin hatten sie rasch beschlossen, zusammenzuwohnen. Den Vätern kam das sehr gelegen, weil sie so gemeinsam im Auge behalten konnten, wie sich die Mädchen beim Studium zurechtfanden. Doch als sie jetzt an ihrem Fenstertisch saßen, von dem man in den höhlenartigen Wartesaal des Bahnhofs hinausblickte, wurde es Zeit, zum eigentlichen Grund ihres Treffens zu kommen. Bosch rechnete damit, dass Heller ihn über die neuesten Entwicklungen in dem Rechtsstreit, in dem er ihn vertrat, informieren würde. Bosch war im vergangenen Jahr wegen eines künstlich aufgebauschten Problems vom LAPD suspendiert worden, weil er sich mit einem Dietrich Zutritt zum Büro eines Käptens verschafft hatte, um dort einen Blick in alte Polizeiakten zu werfen, die mit Mordermittlungen in Zusammenhang standen, an denen er gerade gearbeitet hatte. aus dem Bordermittlungen in der nächsten Zeit Vielen Dank.